Ich war in Spanien, um genauer zu sagen, auf Malle in Calaradiada und Caden hat diesen tollen Eisladen hier gesehen. Er wollte unbedingt da rein, denn er hat mir erzählt, dass er dieses leckere Eis schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen hat. Es sah auf jeden Fall richtig interessant aus und Caden hat sich auch sehr gefreut. Erst wurde Joghurt drauf gemacht auf so eine Eisplatte. Dann hat Caden sich Oreo-Kekse und Nutella ausgesucht, das wurde mit rein gemischt. Und dann hat die Frau versucht so Röllchen zu machen, sie hat anfangs leider verkackt. Aber dann hat es geklappt und es sah richtig, richtig cool aus, Leute. Ob es dann am Ende auch geschmeckt hat, seht ihr am Ende dieses Videos. Hast du schon mal so ein Röllchen-Eis gegessen? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Caden wollte dann am Ende noch selber bezahlen, er ist einfach schon richtig groß. Jetzt siehst du, ob das Eis auch geschmeckt hat.